Das Bistro Vineto liegt in Selur Korana in Mittelkroatien. 50% der Gäste empfehlen das Hotel weiter. Insgesamt haben zwei Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,8 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur zwei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,2 von 6 Sonnen. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 4 von 6 Sonnen. Hotel allgemein. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. 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 Vielen Dank.